Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. China sagt afrikanischen Staaten bei Gipfeltreffen Milliarden Kredite zu. Bei einem kürzlich stattgefundenen Gipfeltreffen zwischen Vertretern Chinas und afrikanischen Staaten wurde angekündigt, dass China bereit ist, Milliarden Kredite zur Verfügung zu stellen. Dieses Engagement könnte als Signal für die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und dem afrikanischen Kontinent gewertet werden. Vertreter der chinesischen Regierung betonten die Wichtigkeit der strategischen Partnerschaften und der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Infrastruktur, Handel und Entwicklung. Während des Gipfeltreffens, das in Peking stattfand, wurden konkrete Zahlen genannt. China stellte in Aussicht, Kredite in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Diese Gelder sollen vor allem für Infrastrukturprojekte in afrikanischen Ländern verwendet werden. Chinas Staatspräsident hob hervor, dass die Unterstützung für Afrika Teil der langfristigen Strategie Chinas sei, um die wirtschaftliche Entwicklung in der Region voranzutreiben und den Lebensstandard der Menschen zu verbessern. In diesem Zusammenhang verwies er auf bestehende Projekte, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Kritiker der chinesischen Investitionspolitik äußern jedoch Bedenken hinsichtlich der Verschuldung afrikanischer Staaten. Es wurde darauf hingewiesen, dass viele Länder bereits mit hohen Schulden zu kämpfen haben und die neuen Kredite möglicherweise dazu führen könnten, dass sich diese Situation weiter verschärft. Einige Beobachter befürchten, dass das Angebot nicht nur mit reinen guten Absichten verbunden ist, sondern auch dazu dienen könnte, den Einfluss Chinas auf dem Kontinent auszubauen. Dennoch betonten viele afrikanische Führer, dass die finanzielle Unterstützung für ihre Entwicklungsziele von entscheidender Bedeutung ist. Ein weiterer wichtiger Punkt, der während des Gipfeltreffens zur Sprache kam, war die Bedeutung von Bildung und Technologie. Chinesische Vertreter sagten, dass ein Teil der Kredite auch in Bildungsprogramme investiert werden solle. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Dies würde den Staaten helfen, ihre Bildungssysteme zu stärken und die Technologisierung voranzutreiben. In diesem Zusammenhang wurde ein konkretes Programm erwähnt, das darauf abzielt, den Austausch von Studenten und Fachkräften zwischen China und afrikanischen Ländern zu fördern. Es ist zudem von Bedeutung, die Auswirkungen der neuen Kredite auf die zunehmend dynamische geopolitische Landschaft zu betrachten. Die Beziehungen zwischen China und den afrikanischen Staaten sind nicht nur wirtschaftlicher Natur. Sie beinhalten auch geopolitische Implikationen, die sowohl den Einfluss der USA als auch den der Europäischen Union in der Region betreffen könnten. Ein Analyst wies darauf hin, dass die Investitionen in Afrika für China eine Möglichkeit sind, seine Einflussnahme zu erweitern und gegen die westliche Dominanz im globalen Handel anzutreten. Abschließend lässt sich sagen, dass die Milliardenkredite, die China den afrikanischen Staaten zugesagt hat, sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. Während die finanzielle Unterstützung für viele Länder eine Möglichkeit zur Entwicklung darstellt, müssen die langfristigen Folgen der Verschuldung und die geopolitischen Dynamiken genau beobachtet werden. Der Fortgang dieser Entwicklungen könnte die Beziehungen zwischen China und den afrikanischen Staaten in den kommenden Jahren entscheidend prägen. Anita Farke, Donnerstag, 5. September 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.